Die Schlacht bei Maas-la-Tour wurde am 16. August 1870 während des deutsch-französischen Krieges in der Nähe der Ortschaften Maas-la-Tour und Weyenville im Nordosten Frankreichs, etwa 20 Kilometer westlich von Metz geschlagen. Zwei preußische Korps besiegten die zahlenmäßig deutlich überlegene komplette französische Rheinarmee und zwangen diese zum Rückzug in die Festung. Metz Ausgangssituation Die Schlachten in den ersten Wochen des Krieges hatten gezeigt, dass die französische Strategie nicht mehr umsetzbar war. Der geplante Vormarsch nach Deutschland hinein war nicht mehr möglich. Gleichzeitig war der erhoffte Kriegseintritt dritter Nationen auf Seiten Frankreichs nicht mehr zu erwarten. Die Rheinarmee unter Basa-Ine sollte sich daher von Metz über Ferdon und St. Man Howell nach Chellens zurückziehen und mit den weiteren Einheiten unter McMauen und Canrobert vereinigen. Dieser Rückzug wurde aber aus verschiedenen Gründen immer weiter herausgezögert, zuletzt durch die Schlacht bei Kolompay am 14. August. Marschall Basa-Ine wurde kritisiert, den Rückzug nicht energisch vorangetrieben zu haben. Der Rückzug begann nach einer Verzögerung von insgesamt einer Woche am 15. August 1870 über Greyflotte und ab hier in zwei Kolonnen über Doncourt und Itain bzw. über Weyenville, Marslatour und Fressen. Ab Ferdon sollte wieder zusammenmarschiert werden, jedoch bereits für den Morgen des 16. August war wieder ein Halt befohlen worden, um Verpflegung und Munition zu ergänzen, Einheiten aufschließen zu lassen, den Tränk zu organisieren und eventuell am Nachmittag weiter zu marschieren. Nach Kolompay hatte das preußische 3. Korps unter General von Eidensleben den Auftrag, die Musel bei Noveon und Champai zu überschreiten. Hierbei wurde es durch die 6. Kavalerie-Division verstärkt. Gleichzeitig war das X. Korps, das Pont Amussen und das linke Moseloufer bereits besetzt hatte, angewiesen, mit der 5. Kavalerie-Division die Straße Metz-Ferdon aufzuklären. Ziel war es, festzustellen, ob die französische Armee aus Metz bereits abgezogen oder noch im Abzug begriffen sei. Eine Kavalerie-Aufklärung des 1. Hannoverischen Dragona-Regiments Nummer 9 ergab, dass sich französische Truppen aus Metz in Richtung Ferdon zurückzogen. In der Annahme, dass dies nur noch die Nachhut sei, befahl der Kommandeur der 2. Armee Prinz Friedrich Karl den sofortigen Angriff allerdings mit nur 2 Korps. Das 3. Korps sollte über Gocci und Onville das X. Korps über Tiaukort einen Vorstoß gegen die Straße Metz-Ferdon ausführen. Die weiteren Korps der 2. Armee, die zum Teil ebenfalls bereits die Musel überschritten hatten, sollten den Marsch nach Westen fortsetzen, um die Franzosen an der Mars zu stellen. Hierbei setzte das Oberkommando voraus, dass die Hauptmasse der Rheinarmee schon in vollem Marsch nach Ferdon sei. Dies war jedoch nicht der Fall. Zwar war der bereits am 13. August geplante aber durch die Schlacht bei Kolompay unterbrochene Abmarsch der Franzosen nach Westen am 15. begonnen worden, doch waren der linke Flügel auf der südlichen Straße erst bis Ressenville, der rechte Flügel nur zum Teil bis Vernebel gelangt. 3 Divisionen standen noch im Museltal, daher befahl bei Saine, dass am 16. der weitere Rückzug erst nachmittags stattfinden sollte, um das 3. und 4. Korps nachkommen zu lassen. Die Schlacht 2 Korps ging mit der Infanterie in Richtung des Kanonendonners vor, vertrieb die deutsche Kavallerie aus Weinville und besetzte den Höhenzug nach Gocci sowie den Ort Flauveni. Etwa gegen 10 Uhr erhielten die deutschen Reiter Verstärkung durch die 5. Infanterie-Division, Generalleutnant Wolf-Louis-Anton Ferdinand von Stülpnagel und 6. Infanterie-Division Gustav Freiherr von Buddenbrock, die von Gocci und Onville her das Schlachtfeld erreichten. General von Alvensleben befahl der Infanterie sofort den Angriff, er ging dabei davon aus, nur noch die französische Nachhut vor sich zu haben. Bis zum Mittag hatte die 5. Division Flauveni wieder erobert, während gleichzeitig die Divisions-Artillerie in einer Linie gegen den Ort Ressenville kämpfte. Die 6. Division ging gleichzeitig erst nördlich bis Trinville vor und schwenkte dann teilweise nach Osten ab in Richtung der 5. Division und eroberte Weinville gegen 11,30 Uhr. Damit hatten sich die beiden deutschen Divisionen zwischen den Ortschaften Weinville und Flavinie vereinigt und verringerten somit die Gefahr, voneinander getrennt zu werden. Das 24. Regiment der 6. Division befand sich in einer langen gestreckten Linie nordwestlich von Weinville und wurde dabei fast ununterbrochen vom 6. französischen Chor angegriffen. In diesen Positionen mussten sich die deutschen Einheiten ohne nennenswerte Verstärkung nur ein Teil der 37. Brigade vom X. Chor konnte zur Unterstützung eingreifen, den ganzen Nachmittag über gegen den mehrfach überlegenen Gegner halten. Ziel des französischen Oberbefehlshabers bei Saine war es, nicht von Metz abgedrängt zu werden. Er ging daher nicht nur mit den beiden Chor vor Weinville zurückhaltend vor, sondern hatte auch den linken Flügel bei Greyflotte durch die Garde und eine Division des 6. Chor verstärkt, weil er hier irrtümlicherweise den Hauptangriffe der Preußen erwartete. Das zahlenmäßig 1 zu 5 unterlegene deutsche Chor verhinderte mit der Einnahme von Weinville weitere Rückzüge nach Westen. Einmal vom Rückzug abgeschnitten hatte die französische Armee bei Metz keine Chance mehr, die Schlacht zu verhindern. Nach dem Verlust von Weinville und Flavini als ein Flügel des 2. Chor zurückweichen musste, begannen Kavallerieangriffe von beiden Seiten. Den 11. und Braunschweiger Husaren gelang es hierbei zwar beinahe bei Saine selbst gefangen zu nehmen, aber alle Angriffe konnten die gesetzten Ziele nicht erreichen. Der Angriff der deutschen 6. Kavallerie-Division wurde von der südlich von Ressenville in Stellung gegangenen und noch ausgeruhten französischen Garde-Division abgewiesen. Gegen 14,00 Uhr bemerkte Marschall Canrobert, dass der linke Flügel der 6. Division in Bedrängnis geraten war und befahl daher einen allgemeinen Angriff des 6. Chor. Von der französischen Artillerie angegriffen und ein Einfall der Franzosen an der linken Flanke fürchtend, sandte General V. Alvensleben eine Nachricht an den Kommandeur der 12. Kavalleriebrigade, Generalmajor Adalbert von Bredow, mit dem Befehl. Die französische Artillerie unter General Canrobert und die Reiterverstärkung der Franzosen auszuschalten. Unter der Devise, koste es, was es wolle, befall von Bredow seiner Brigade die aus dem magdeburgischen Curaccia-Regiment Nummer 7 und dem altmärkischen Ulanen-Regiment Nummer 16 bestand um 14 Uhr vorzurücken. In dem später als von Bredows Todesritt bekannt gewordenen Vorgehen rückten die Kavalleristen vor, während von Bredow Club das Terrain und den Kanonenrauch nutzte, um die Bewegungen der Brigade so lange wie möglich vor den französischen Sperren geheim zu halten. Knappe 1000 Meter vor den französischen Linien heranstürmend brachen die Deutschen durch und verursachten weiträumige Panik unter den Soldaten von Panrobert, die französische Reiterei versuchte die Deutschen zu stoppen, dies wurde aber von den eigenen Soldaten vereitelt, da diese in ihrer Panik auf alle Reiter innerhalb ihrer Schussreichweite feuerten. Nachdem sie auftragsgemäß die französische Artillerie und Kavallerie eliminiert hatten, wurde die Reiterbrigade von ca. 4000 französischen Reitern aus der Seite attackiert. Es waren dies Chasseur Archeval und Curaciere, die Brigade von V. Bredow musste sich zurückziehen. Die Verluste betrugen ungefähr die Hälfte. Unter den Verwundeten befand sich auch Herbert von Bismarck, der Sohn des damaligen preußischen Ministerpräsidenten Otto von Bismarck. In Freiligradsch Gedicht »Die Trompete von Weyenville« wird dies beschrieben. Nach diesem Angriff waren sowohl die Deutschen als auch die französischen Truppen erschöpft und litten unter Munitionsmangel. Bis gegen 16 Uhr fanden daher nur wenige Kämpfe statt. Am 17. August war Ruhe, auch um beiderseits die Verbände neu zu ordnen. Am 18. August lebten mit den Schlachten bei Greyflotte und Seyngt privat die Gefechte wieder auf. Später Nachmittag auf deutscher Seite traf gegen 15,30 Uhr der Armeekommandeur Prinz Friedrich Carlein. Er leitete die weitere Schlacht von einer leichten Erhebung südlich von Weyenville aus. Nach der Versorgung griffen gegen 16 Uhr die Franzosen mit dem 3. Chor und einer Division des 4. Chor jetzt von Saint-Marcel und Brüville her wieder an. Dabei wurde der linke deutsche Flügel aus den Thronfillerbüschen vertrieben und hinter Trinville zurückgedrängt. In diesem kritischen Augenblick traf nach einem Gewaltmarsch die 20. Infanterie-Division weiteren Willein. Ein Teil kam der 5. Division zu Hilfe, während die Artillerie den weiteren französischen Vormarsch aufhielt. Im Gegenangriff gelang es dem 79. und 17. Regiment die Thronfillerbüsche wieder zu besetzen. Etwa gleichzeitig trafen von Westen her ein Teil der 19. Division, die 38. Brigade unter Weddell auf dem Schlachtfeld ein, die 38. Brigade hatte auf dem Marsch nach Itein an der Mars bereits einen Marsch von zwölf Stunden zurückgelegt. Der Angriff auf die französische Flanke von Mars-la-Tour aus gegen die Höhen von Brüville wurde allerdings von den französischen Divisionen Grenier und Césay unter schweren Verlusten zurückgewiesen. Auch hier musste die Reiterei rettend eingreifen. Die Garde-Dragoner warfen die heftig nach drängenden Franzosen zurück, der für die deutschen siegreiche Ausgang eines Reiterkamps bei Brüville, wo General von Babi mit fünf Regimentern die französische Kavallerie in die Flucht schlug, bewog General Latmy Rault. Von einem weiteren Angriff auf Mars-la-Tour und Trinville abzusehen, womit die Gefahr für den deutschen linken Flügel abgewendet war. Der rechte preußische Flügel hatte von Friedrich Karl von Preußen, der um 16 Uhr von Pont-Armussen auf dem Schlachtfeld eingetroffen war, den Befehl erhalten nur seine Stellung zu behaupten. Basaine begnügte sich seinerseits damit, seine Verbindung nach Metz zu sichern und unterließ es daher, seine Übermacht zu einem entscheidenden Angriff zu verwenden. Die vereinzelten Angriffe der Franzosen hatten daher ebenso wenig Erfolg wie andererseits die Vorstöße der zur Verstärkung der 5. Division herankommenden deutschen Truppenteile vom X. und 8. Korps. Teile dieser Einheiten, B. die 16. Division und A. von Barneko waren ohne ein Befehl abzuwarten in Richtung auf den Gefechtslärm aufgebrochen. Dabei wurde besonders um eine Anhöhe südlich von Ressenville erbittert gekämpft. Dreimal wurde diese Anhöhe von preußischen Einheiten, bestehend aus der 32. Infanteriebrigade von der 16. Division, verstärkt durch das 11. Regiment vom IX. Korps genommen. Sie mussten sich aber jeweils nach Gegenangriffen der Franzosen wieder zurückziehen. Erst als es bereits dämmerte, gelang die endgültige Eroberung dieser Anhöhe, nachdem die Artillerie und die 14. Brigade Diepenbräug-Grüter von der 6. Kavaleriedivision ebenfalls mit angriffen. Die Kämpfe endeten erst gegen 22 Uhr. Verluste Die französischen Verluste beliefen sich nach Meyers an Toten, Verwundeten und Gefangenen auf 879 Offiziere und 16.128 Mann. Die Deutschen auf 711 Offiziere und 15.079 Mann. Wovon das 3. Korps 310 Offiziere und 6.641 Mann. Das X. Korps 202 Offiziere und 4.945 Mann verlor. Wavreau gibt Verluste von 16.500 Preußen, davon 626 Offiziere sowie 16.600 Franzosen, davon 837 Offiziere an. Bernd gibt die preußischen Verluste an mit 15.800 Mann, davon 720 Offiziere. In dieser Zahl enthalten sind 970 Vermisste. Die französischen Verluste betragen hier nach 16.930 Mann, davon 837 Offiziere. Darin enthalten 5.470 Gefangene und Vermisste. Auf deutscher Seite war unter anderem auch der General von Döring gefallen und von Rauch und von Diepenbräug-Grüter waren verwundet worden. Aus der Sicht des späten 19. Jahrhunderts war noch wichtig, dass es den Franzosen in dieser Schlacht zum einzigen Mal während des gesamten Krieges gelungen war, eine deutsche Fahne zu erobern. Der Verlust dieser einzigen Fahne ist von Moltke ausdrücklich erwähnt worden. Dies war die Fahne des 2. Bataillons des 3. Westfälischen Infanterieregiments Nummer 16. Ergebnisse Die Schlacht war ein taktisches Unentschieden, aber ein großer strategischer Sieg für die Preußen. Barsaine konnte mit seinen Truppen nicht mehr nach Verdun flüchten, sondern hatte den Rückzug in die Festung Metz befohlen. Gründe hierfür waren neben den hohen Verlusten auch der Mangel an Munition. Der geplante Rückzug in Richtung Verdun war damit zunächst abgebrochen, aber erst in der Folge der Schlacht bei Greyflotte zwei Tage später gelangt die Einschließung der französischen Armee in die Festung Metz. Von Bredus erfolgreicher Angriff hatte einen entscheidenden Einfluss auf die zukünftige Kriegsführung. Der Erfolg der Kavallerie zeigte, dass Reiter immer noch eine wichtige Rolle in der Schlacht spielen konnten. Bis in den Ersten Weltkrieg unterhielt jedes europäische Land eigene Kavallerie-Truppen.